Hallo und willkommen zu unserem Video, in dem wir die besten Outdoor-Überwachungskameras für die Sicherheit eures Hauses oder Unternehmens präsentieren. Mit einer Gesamtbewertung von 4,7 von 5 Sternen kommt hier die Ring Floodlight Camera. Die Ring Floodlight Camera ist eine robuste Option, die sowohl Überwachung als auch Beleuchtung kombiniert. Mit integrierten Flutlichtern bietet sie eine hervorragende Sicht und erweiterte Sicherheit in der Nacht. Die Kamera zeichnet sich durch eine einfache Installation und nahtlose Integration mit der Ring App aus, die Benutzern eine bequeme Steuerung und Überwachung ermöglicht. Darüber hinaus verfügt sie über eine 1080p HD-Videoqualität und zwei Wege-Audio- und Bewegungssensoren, um potenzielle Bedrohungen zu erkennen. Die Ring Floodlight Camera ist eine ideale Option für diejenigen, die eine zuverlässige Überwachungslösung mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen suchen. Diese Kamera kostete zum Zeitpunkt des Tests rund 215 Euro. Wir haben euch übrigens alle vorgestellten Kameras für noch mehr Details unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die Auswahl der richtigen Outdoor-Überwachungskamera ist entscheidend für die Sicherheit eures Zuhauses oder Unternehmens. Mit der Alu Pro 5, der Ring Floodlight Camera und der Google Nest Cam Outdoor habt ihr eine Vielzahl von Optionen, die auf eure individuellen Sicherheitsanforderungen zugeschnitten sind. Vergesst nicht, eure spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen, wie beispielsweise die benötigte Auflösung, die Reichweite der Kamera und die Integration mit anderen Smart Home Geräten. Wir hoffen, dass dir diese Übersicht dabei geholfen hat, die beste Outdoor-Überwachungskamera für deine Bedürfnisse zu finden. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Lass gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!